Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Giveaway Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Leute, ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz einen guten Start ins Wochenende wünschen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir haben vor wenigen Tagen tatsächlich die 20.000 Abos geknackt. Super, super krass. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich kann mich gar nicht oft genug für den ganzen Support bedanken, die neuen Abos in den letzten Tagen. Und Wochen an der Stelle nochmal herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder hier in der Community. Cool, dass ihr mit dabei seid. Natürlich das gute Feedback, die Daumen hoch. Da freue ich mich immer richtig. Super, super cool von euch. Dann natürlich hier unsere Patrons. Die sehen wir ja immer erst am Ende der Videos. Müssen hier auch nochmal erwähnt werden. Teilweise supporten die Leute hier seit Jahren schon den Kanal. Und egal, ob ihr damals oder heute, wann auch immer mit dabei wart, vielen, vielen Dank. Das hat dem Kanal immer geholfen und hilft auch bis heute. Super, super cool. Und dann natürlich auch die ganzen Leute, die mal live mit auf Twitch mit dabei sind. Freue ich mich auch immer. Super, super cool von euch. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wir machen auf jeden Fall so weiter, würde ich sagen. Ich habe viel für euch vorbereitet. Aber jetzt erstmal heute. Ich hatte ja gesagt, wenn wir die 20.000 Abos knacken, dann gibt es ein paar Giveaways. Heute das erste Giveaway. Zum Wochenende habe ich euch ein bisschen was vorbereitet. Es kommen natürlich noch mehr Sachen. Aber heute zum Start gibt es erstmal ein komplettes Modern Horizons Display. Ich dachte mir, so zur Eröffnung wäre das auf jeden Fall schon mal was. Das Display habe ich von Wizards direkt zur Verfügung gestellt bekommen. Ich darf damit halt machen, was ich möchte. Und ich dachte mir, ich habe ja schon ein Display aufgemacht. Das zweite Display, das sollte auf jeden Fall jemand von euch aus der Community aufmachen. Ich lege dem Display auch noch ein paar kleine Goodies bei, eine Handvoll Token, ein paar schöne Länder. Das mache ich eigentlich immer, wenn es hier was zu gewinnen gibt. Aber diesmal gibt es wirklich ein kleines Spezialpaket. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe natürlich, ihr habt da Bock drauf, wenn dem so ist. Alle Infos wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Und ja, ansonsten einfach nochmal vielen, vielen Dank. Die coolste Community hier auf jeden Fall. Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich mache mich jetzt hier an ein paar Verbesserungen tatsächlich. Es gibt ein kleines Hardware-Upgrade, dass das Ganze demnächst noch ein bisschen besser aussieht. Viele neue Videoreihen sind geplant. Also auf jeden Fall dranbleiben. Morgen kommt auch direkt etwas Besonderes. Zum Wochenende, wir haben den Gewinner der Mythic Championship 4 im Gespräch. Der Toffel ist am Start. Das hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Also nochmal so ein bisschen neues Videoformat auf jeden Fall. War super interessant. Mal so ein Pro-Player, der halt auch jetzt gerade eine Mythic Championship gewonnen hat, im Gespräch zu haben. Da sind auf jeden Fall ein paar coole Infos bei rumgekommen. Das seht ihr dann auf jeden Fall morgen hier. Das mache ich jetzt alles auf jeden Fall fertig. Morgen natürlich Community-Battles nicht vergessen. Jeden Samstag immer live. Könnt ihr auf jeden Fall mal auf Twitch vorbeischauen. Ich freue mich auf euch Leute. Jetzt erstmal, das war es auf jeden Fall von mir für heute. Kommt gut ins Wochenende. Und wie immer, macht euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020